Friends, was geht ab? Wir sind in Mabea und wir reagieren auf Lezard und Akawi, Jalousie. Ich bin sehr gespannt. Das Video sah auf jeden Fall krass aus dem Trailer. Ich habe es noch nicht gesehen. Den Trailer hast du nicht gesehen? Ich habe es noch nicht gesehen. Bruder, das Ding ist, ich wollte auch extra nichts sehen, weil Bruder, ich habe nur mitbekommen, das soll ein geisteskranches Video sein, hat mir der Barré gesagt. Dann habe ich gesagt, okay, ich bin gespannt. Ich schwöre, genau dasselbe geht bei mir auch. Ich habe dieses Video extra nicht geguckt, damit ich mir eine ehrliche Reaktion abgeben kann. Nicht wie Elvore, der die Videos schon zehnmal vorher geguckt hat, bevor er reagiert hat. Das hast du gesagt. Der ist wilder Schauspieler, der Elvore. Bruder, hast du das Video schon gesehen? Ich habe das gesehen, ja. Und? Oder Feierabend, Wallah. Der Barré kam nur so raus, der meinte, das war Feierabend. Das ist ein Level von richtigen Reaktionen. Das ist krass. Das Video des Songs ist auch krass, Bruder. Dann lass mal rein gucken. Ich will mal sprechen. Ich will mal sprechen. Hey! Hey! Hallo! Hey, hey! 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 Hey, Barré, wir brauchen immer die Ansage vor dir. Schau dich gleich hier rein, du! Oh. Friendly, Kontinent. Spaß! then do it. newspaper. Maverdplê. Your video. Heere. 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 Ete. Heere. 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 Was ist das? Es ist das? Nein, das ist das. Was ist das? Ja, das ist das. Ja, das ist das. Geile Szenen, Alter. Mein Bruder, wie der sich bewegt. Das wollte ich auch gerade sagen. Der Lezard hat ein so krasses Movement. Und nochmal hier an YouTube. Irgendwo bin ich im Video da zu sehen. Echt? Aber ihr müsst da raten. Ja, das ist ja lustig. Ich bin im Video da zu sehen. Es sind hundert Leute, die Maske mit der Haustür ist. Ja, ja. Richtige Skandalisten erkennen mich. Ist auch so. Ich weiß, wo er ist. Ich habe es schon gesehen. Aber egal. Er hat mir das selber angeschaut. Er hat mir selber gesagt, ich habe mich da gesehen. Ja. Deshalb Bruder, mach den Kopf zu jetzt. Ich habe gesagt, Bruder, das ist einer deiner Lieblingshooks von mir. Lieblingshooks. Ja, ja. Lieblingshooks. Von Akoi natürlich. Einer meiner Lieblingshooks. Von Akoi natürlich. Von Akoi. Wallah, ich liebe den hier. Wallah, Billah. Der bestätigt doch, dass ihr auch Lieblingshooks. Von dem, Bruder. Wallah, Billah, das ist einer meiner Lieblingshooks. Die ist auch richtig geil. Man merkt, man merkt übertrieben auch. Und ich finde, das harmoniert auch. Und seine Stimme hier kommt perfekt zum Einsatz. Und Bruder, man muss sagen, der macht heute richtig geile Huxen, aber da hat er wirklich wieder mal die Messlatte hoch. Und da, ich finde auch zum Beispiel im Gesamtpaket, auch Akoi seine Attitude hier in dem Video. Der hat sich generell gesteigert. Natürlich. Aber ich muss auch sagen, Lezat hat eine Attitude, die ist nicht von dieser Welt. Guck mal, wie Skandal schon gerade gesagt hat, er bewegt sich brutal, aber auch einfach optisch. Guck dir die an und schalt das Video jetzt mal auf lauptlos. Guck dir den an, Bruder. Ende Gelände. Optisch. Dann kann der irgendwo in Holland oder so mitspielen, weit oben. Ich schlaufe alles, wenn du dir so einigst. Charisma, Bruder. Das ist Charisma. Alhamdulillah hat Lezat nicht mit bei Eiken gemacht, Bruder. Weißt du warum? Sonst wäre es sehr schwer für uns gewesen. Zum Glück, Bruder. Gute Entscheidung, Bruder, dass du nicht mitgemacht hast, Lezat, mein Bruder. Guck mal. 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 Ich fahr das so immer mal. Ich schwöre bei Allah, ich war nicht dabei. Das ist ja nicht. Das sieht man an seinen Augen, Bruder. Das wüsste nicht. Woh, ich bin gar nicht dabei leider. Ich weiß, das sieht man noch. Aber jetzt ist was für Sette. Was denkt ihr wirklich, was das Glück kostet hat? Also ich sage zu 100% im 5-stelligen Bereich. Nein! Nein! Das ist 2.000 und 5.000 Euro. Ich gehe davon aus. Bruder, man unterschätzt das auch oft. Bruder, ich sage es wird so um die 5k handeln. Ja, ich sage so 5 bis 8. 5 bis 8. Nein, nein, nein. Ich sage so 10, 15 Euro. Mach das nie wieder, mach mach ich mal so. Ja, glaub ich nicht. Aber lass mal gucken. Ist da irgendwie noch 5k? Mach doch nicht mal. Schade! Wir waren hier im Dschungel. Wir sitzen hier auf dem Team. Augen voller Jalousie. Ewa! Der Lezard hat immer geile Ad-Libs auf. Er rastet auch immer richtig auf. Cool, wallah cool. Behindert. Auf Koran cool. Ey Jungs, wallah. Ihr habt richtig ge*****t. Wallah. 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 Lazawi? Lazawi. 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 Ich fange mal direkt mit meinem Feedback an. Auch wenn ich die beiden Brüder kenne, wäre ich jetzt ehrlich, also generell würde ich jetzt diesbezüglich meine ehrliche Meinung abgeben und ich sage euch, abgesehen vom Song, den ich ja so oder so todesfeier, das Video ist, wie der Bio gerade schon gesagt hat, eine maximale 10 von 10. Ich muss sagen, die Stimmkontraste in den Hooks und in den vier abwechselnden Parts haben mir sehr gefallen. Der Song allgemein hat mir natürlich sehr gefallen. Bruder, ich bin auf jeden Fall auf die Jungs beide sehr stolz. Auf jeden Fall auch auf Lazard sehr, weil Bruder Lazard hat so viele Songs. Der hat nie was released. Ich habe dann immer gesagt, Bruder, bitte fang an jetzt zu release. War das noch seine erste Öffentlichkeit? Nein. Der hat schon davor was gemacht, aber der hat immer gearbeitet, gearbeitet und nie rausgehauen. Der hat so kranken Songs. Viel unreleased. Und jetzt direkt mit Akoi. Wallah. Baba. Ich bin sehr stolz, aber ich schaue meine Mutter. Komm, Biki sag du mal was. Ah. Schon nöt. Ivo, drinnen bleiben. Ivo, drinnen bleiben. Dann machen wir jetzt am besten direkt das Outro. Dann schaue ich mich, ob man seine Seite an ist. Der dachte erst, das war ja kein Witz, der wollte gerade sagen, ey, boah. Geiles Lied, Bruder. Geiles Lied, geiles Video. Geile Ruck auf jeden Fall, einer der stärksten von Akkommel, meine Damen und Herren. Dann sagt der Biggi, Alter. Wolla geil. Wolla ist euch aufgefallen. Josi hat euch eigentlich ein Wort gesagt, ne? Er hat einfach nicht Rede Challenge gemacht. Er hat auch nicht so viel Arme von Musik, Bruder. Ja, okay, Bett, das hier. Ja, lass uns doch was sagen. Okay, so. Das war's mit dem Video, Freunde. Das war's mit dem Video. Checkt auf jeden Fall meine Brüder ab. Checkt auf jeden Fall meine Brüder ab. Checkt auf jeden Fall meine Brüder ab. Wir wollen aber trotzdem Liebe da lassen bei den beiden. Ja, Wolla, checkt auf jeden Fall ab. Lass alle zusammen Outro machen einfach. Ja, okay. Yo Leute, checkt das Video ab. Abonniert den WZ-Kanal und deabonniert den Emre-Kanal. Abonniert die Jungs auf jeden Fall. Die zwei Jungs. BZ-Kanal ist ein reines Plus. Emre-Kanal ist einfach nur ein Minus. Der denkt sich, das ist doch auch von mir. Okay, Schon. Mehr mehrere, jacks. Es ist doch, da sind wir da. Das ist doch, was ich auch gar nicht. Nur nochmal. Das ist doch, da sind wir da. Das ist doch, das ist doch, das ist doch. Ja, genau. Die beiden! Das machen wir da.